Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal haben wir endlich die endlose Lauf irgendwo hin und Hau die Monsternester kaputt Quest beendet. Und jetzt können wir die Quest abgeben. Das Weingut ist gerettet. Alles wird endlich gut. Das ist wieder ein Live-Let's Play quasi, das mit Live-Publikum aufgenommen wird. Nur dass ihr auf YouTube Bescheid wisst, dass ich ab und zu mal auf den Chat reagiere oder so. Äh, der wundert euch nicht. Na gut, wo zur Hölle müssen wir hin? Dieses Weingut ist ein einziges Labyrinth irgendwie. Hallo. Hexer, wie schön, dass du kommst. Was gibt es Neues? Das ist zwar gerade irgendwie, finde ich ein bisschen komisch, aber ist eine optionale Option, äh Dialogoption, also muss ich sie fast nehmen. Du leistest hier ja ganze Arbeit. Für eine Frau, meinst du? Für jeden. Ich habe mir vor langer Zeit abgewöhnt, Männer und Frauen an verschiedenen Standards zu messen. Freut mich zu hören. Ich habe schon als Kind von einem Weingut geträumt. Meine Mutter hat hier als Waschfrau gearbeitet. Sie hat mich zur Arbeit mitgenommen und während sie gewaschen hat, habe ich mit den Katzen gespielt. Die Herren Vermentino hatte immer süße Trauben für mich. Manchmal habe ich mir vorgestellt, sie wäre meine Mutter. Manchmal habe ich es mir sogar gewünscht. Als meine Mutter dann starb, haben die Vermentinos mich aufgenommen. Sie hatten selber keine Kinder. So wurde ich Matilda de Vermentino. Schließlich erfüllte sich mein Traum. Aber manchmal, da plagt mich der schreckliche Gedanke noch heute, dass mein geheimer Wunsch irgendwie für den Tod meiner Mutter verantwortlich sein könnte. Standst du nicht gerade noch ganz woanders, warum sitzt du jetzt plötzlich wieder hier? Was ist passiert? Jetzt dürfte es keine Probleme auf dem Weingut mehr geben. Du kannst den Betrieb wieder aufnehmen. Wunderbar. Somit übertrage ich dir Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgart-Weingut. Und vertraue darauf, dass du es erneut in altem Glanz erstrahlen lässt, Mademoiselle. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Danke. Ich muss sagen, du bist wirklich dein Gewicht in Gold wert. Wenn meine Mutter das noch erlebt hätte. Sie hat immer eine bessere Zukunft für mich gewollt. Und dank dir könnte das nun endlich wahr werden. Hier, der vereinbarte Lohn. Danke und viel Glück. 150 Erwartungspunkte hat sie mir in einem Beutel gegeben. Das ist aber nett von ihr. Oh, Gott sei Dank ist die Quest endlich abgeschlossen. Mein Gott, die war echt nervig, muss ich echt sagen. So, und ich könnte noch, ich, oh Gott. Dann machen wir das halt auch noch. Jetzt bringen wir es zu Ende. Aber wirklich, die Quest besteht daraus, dass ich in zwei optionalen, recht großen Gebieten Monsternester kaputt machen muss. Fünf Stück. Und wenn ich das gemacht habe, darf ich zur Belohnung nochmal fünf Monsternester kaputt machen. Das ist echt irgendwie nervig. Und jetzt mache ich aus irgendeinem Grund, naja, damit es halt aus dem Questbuch entfernt wird, noch weiter damit. Aber, das sind immerhin echte Fragezeichen auf der Karte. Im Ende, insofern, ich hatte ja eh vor ein paar Fragezeichen abzuarbeiten. So gesehen, ne. Unterstützt einem die Quest indirekt ein bisschen dabei, die Fragezeichen abzuarbeiten. Aber ja, nee. Keine, keine sehr schöne Quest. Und auch von der Story her, wir haben überhaupt nicht aufgedeckt, wer jetzt eigentlich dahinter steckt, hinter den, den Manipulationen und so weiter. Wahrscheinlich war ich zu, zu voreilig. Ich hätte wahrscheinlich erst noch mehr durchsuchen sollen und ne. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich hätte das jetzt nicht so schnell beenden sollen mit ihr und ihr das Ganze einfach übergeben und keine Ahnung. Aber gut, jetzt, jetzt schauen wir mal. Vielleicht ergibt sich ja tatsächlich noch was, wenn ich das hier jetzt noch mache. Ähm, naja. Die nächste Schnellreise ist immer noch nicht sehr nah, leider. Plötze, mit deinem neuen goldenen Hut. Ups. Wollte mein Schwert gar nicht ziehen. Gut. Los, Plötze, wir sind jetzt auch ein Reh. Wir leben jetzt mit euch im Wald. Nein? Nein? Ah, Gemeinheit. Weiter so, Plötze. Gerald und Plötze sind jetzt ein Reh. Gemeinsam. Die sind fusioniert. Die denken gleich, die handeln gleich, die sind im Grunde ein Wesen. Los, lauf! Kommen wir da durch den Fluss, Plötze? Schaffen wir das? Das fand ich bei Valhalla cool. Bei Assassin's Creed Valhalla. Da kann man seinem Pferd verschiedene Tricks beibringen, trainieren. Also hochleveln im Grunde mit Geld. Äh, und unter anderem kann das Pferd das Schwimmen lernen. Das fand ich ziemlich gut. Oh, Trolle? Oh nein, ich mag Trolle eigentlich. Muss ich jetzt gegen die kämpfen? Ich mein, wenn die unprovoziert angreifen, kann man nix machen, ne? Ja. Joa. Was jetzt? Du steckst dich. Die können hier nicht einfach Steine auf Wildfläche werfen den ganzen Tag. Da kann man nix machen. Aber eigentlich find ich Trolle immer sehr sympathisch. Die schönsten Quests in dem Spiel haben oft irgendwas mit Trolle zu tun, find ich. Guck. Warum bist du nicht einfach mein Freund? Ich mein, die heißen tollwütige Trolle, ne? Vielleicht haben die wirklich Tollwut. Und dann sterben die wahrscheinlich sowieso bald. Kann man eh nix mehr machen. Quasi Zombie-Trolle, wenn ich so will. Die nur nicht hier kämpfen. Äh, bis kurz vor 17 Uhr, so 10 vor, muss ich wahrscheinlich aufhören. Stream ich heute. Oder 16? Hm. Nee. 17, stimmt schon. Ich glaub schon, ja. Okay. Ah, die haben hier einen Schatz bewacht. Ach so. Beziehungsweise ein Brief an Cosmo Cyril. Und ein Kassettenschlüssel. Bruder, genug des Zorns, des Ärgers, der Schuldgefühle. Liam de Coronata zahlt dir so gut wie nichts und du hast eine Familie zu ernähren. Also tu, was ich dir sage. Belade einen Wagen mit Fässern dieses neuen Gewürzweins und verlasse nachts leise das Weingut. Wende dich mit dem Wagen nach Nordwesten und sobald du den Fluss überquert hast, wirst du dort von Männern erwartet. Gib ihnen die Fässer. Sie müssen diesen Wein nicht wirklich... Was? Was? Sie müssen diesen Wein wirklich unbedingt wollen. Denn der Vorschuss ist ein wunderbar schwerer Beutel. Aber sei vorsichtig. Denn im Blöseur-Tal sind zwei abscheuliche Felstrolle auf der Jagd. Du fragst dich sicherlich, wie die Trolle dorthin geraten sind. Sie wurden importiert. Für das Turnier. Damit die Ritter zum Vergnügen der Menge gegen sie kämpfen. Aber sie sind dem Transport entkommen und ziehen nun mordend durchs Land. Ja, ich meine, kann ich unter dem Hintergrund auch irgendwie verstehen. BS versteckt den Anteil des Vorschusses, den ich dir geschickt habe. Denn wenn jemand das Geld bei dir findet, werden Fragen gestellt. Und unser schönes Geschäft endet schneller, als es begonnen hat. PPS, mein persönlicher Rat. Vergrab es in einem Misthaufen. Dort wird keiner suchen. Es sei denn natürlich, dieser Niemand heißt Geralt, der Misthaufengräber von Riva. Ja, der schon. Plötze. Auf zum Misthaufen. Für ein paar, ne, für ein paar Kronen. Für ein bisschen Geld. Eigentlich... Plötze? Was ist los? Eigentlich lohnt es sich gar nicht, die 500 Schnittlauch zu reiten. Sind wir nur wieder sonst irgendwo in der Prärie. Aber gut. Hilft dir nix. Irgendwer muss das Gold aus dem Misthaufen holen. Irgendjemand muss es tun. Können wir in unsere Villa stecken? Dafür brauchen wir eh viel Geld. Das stimmt eigentlich, ne? Zum Restaurieren von unserer Villa brauchen wir eh noch sehr viel Kohle. Da ist eigentlich jeder... Ich weiß nicht, wie die Währung hier heißt. Jeder... Jeder... Gold... Haufen... Gut. Oh nein! Teleportations-MPCs! Wo kommt ihr denn her? Dieser Gestank. Sehr gut. Hat er das aber wirklich nicht versteckt. Guckt euch mal die Kiste an. Come on. Der Bruder hat in dem Brief geschrieben, vergraben unter Misthaufen. Und nicht so halb reinstecken, dass sie eigentlich noch raussteht. Naja. Er hätte auch gleich ein Schild aufstellen können. Achtung, Schatzkiste! Bitte nicht stehlen. So, ein Pünktchen machen wir jetzt auch noch. Hey, Geralt! Schrei doch nicht so... Schrei doch Plötze nicht so an. Das hat Plötze nicht verdient, Geralt. Ich finde, du musst dich entschuldigen. Soll ich querfeld ein-abkürzen? Äh... Ich glaube, das ist gar nicht notwendig, ne? Der Weg führt ziemlich straight zum Ziel. Gut. Gut. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Danke fürs Followen, Flämmchen. Ich hab's gerade erst gesehen. Ich weiß nicht, warum ich's nicht mitbekommen hab. Müssen wir das Lager durchsuchen? Nee, eigentlich nicht. Gehört vielleicht wieder zu einer anderen Quest, ne? Könnt's schon sein. Jetzt bleiben wir endlich mal diese blöde Weingut-Quest hier. Begleitet uns jetzt schon seit Stunden. Die muss jetzt mal beendet werden. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hä? Hallo? Banditenlager? Ah! Höhleneingang da unten irgendwo. Ah, okay. Na dann. Ist ja schon alles gerettet. Aha, ein Brief. Oh, what? Hä? Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich. Es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Ah! Aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Äh, okay. Geh voraus. Ich folge dir. Aber... Ich brauche gar keine Kräuter. Bin ich jetzt schon wieder über irgendeine andere Quest gestolpert, oder wie? Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Wird verrückt. Möchtest du wissen, was ich habe? Nein. Es ist mir ehrlich gesagt egal, was du hast. Ja gut, zeig mir deine Waren. Zeig mal, was du hast. Nicht, dass ich irgendwas kaufen würde. Ah, die hat auch Öle. Was hat die denn für Öle? Ach, ein Trank ist das. Trank der Leerung. Ah, alle Fähigkeitspunkte. Naja, aber will ich... Nee. Nee. Nee, machen wir nicht. Ist schon okay. Na schön. Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonnentau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Na gut, tschö. Danke. Bis dann. Erfreut sich. So, dann haben wir das jetzt abgeschlossen, ne? Wahrscheinlich hätte ich wirklich das vorher machen müssen, bevor ich entscheide, dass die andere das Weingut kriegt und dass es irgendwie ging und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, worum es in der Quest eigentlich ging. Irgendjemand hat die beiden Weingüter von den beiden sabotiert und wer aber nicht sabotiert wird, kriegt einen Preis oder so und zwar ein anderes Weingut, das beide haben wollten. Irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Jetzt informieren wir Lia mal, dass seine Probleme behoben wurden. Der wird sich freuen. Hallo Hexer, neues aus Coronata? Ja, du kannst den Betrieb wieder auf... Coronata, Matata. Die Probleme sind gelöst. Ich danke dir. Vielleicht kann ich so den Bankrott vermeiden, wo Mathilda doch Belgard gekauft hat. Mein Licht wird nicht mehr sehr hell am Winzerhimmel strahlen. Ach, was bringt es, über vergossenen Wein zu klagen? Ich muss an die Arbeit. Danke, Hexer. Hier, der vereinbarte Lohn. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Eisen, oh, dass das eigentlich eine Love Story zwischen beiden ist. Aber scheinbar nicht mehr in meiner Realität. Die Quest hätte bestimmt auf sehr andere Weise enden können, glaube ich. Aber wohl nicht. Was sind das eigentlich für Quests, die keine Levelangaben haben? Okay. Unsere Villa restaurieren. Das machen wir irgendwann. Die Karten für unser Skelligeset sammeln. Ein bisschen Gwent. So ein bisschen Gwent könnten wir jetzt schon spielen, oder? Ich mag Gwent. Na, das ist cool. Können wir hier eine Runde Gwent spielen und uns gleich noch neue Nebenquests vom Anschlagbrett holen da drüben. Das macht Sinn. Und danach schauen wir mal weiter, ob ich da noch mehr spiele oder nicht. Aber das machen wir jetzt. Was wirklich cool wäre. Das ist so ein Feature. Das haben manche Spiele. Ähm. Das finde ich immer schön. Das würde Witcher 3 auch gar nicht schaden. Wenn hier auf der Karte, ähnlich wie die Fragezeichen, auch die Haupt- und Nebenquests als so eine kleine ausgegraute gelbe Pünktchen angezeigt werden würden. Damit ich gucken könnte, ob ich hier in der Nähe eine Quest habe. Das wäre schon gut. Ganz genau. Na gut, da haben wir keinen Schnellreisepunkt. Noch nicht zumindest. Haben wir noch keinen freigeschaltet. Dann reiten wir. Plötzer, warum bremst du manchmal einfach? Was ist los mit dir? Plötzer ist komisch. Ich habe sie gewarnt. Neun von neunzehn Karten. Da gibt es noch einige Karten, die wir noch quasi uns erspielen müssten. Plötzer? Plötzer? Was machst du? Nein, falsche Abzweigung. Vielleicht heißt Plötzer so, weil sie bremst manchmal ganz plötzlich. Ja, vielleicht. Oh, warte mal. Am Ziel vorbeigeritten Plötzer. Das ist so ziemlich der erste Ort, den man besucht, wenn man hierher kommt, ne? Rettender Wirt ist der Spieler. Normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Ich komme wohl nicht in den Genuss eurer Langustensuppe. Wie wär's dann mit etwas Gwinnt? Mit etwas Gwinnt-Suppe. Na dann, los geht's. Auf die Plätze, fertig, Gwinnt. Wer hier wohl das Spiel gewinnt? Oh, beide... Beide Beschwörungstierchen, unser Spion. Das gefällt mir schon mal. Das gefällt mir nicht. Die müssen weg. Du machst alleine auch keinen Sinn. So, bevor ich jetzt versehentlich mit unserem Spion noch so eine Bootskarte ziehe, spiele ich die lieber gleich. Dann sind die Bootskarten gleich mal aus meinem Deck entfernt. Und dann passt das. Ach, guck. Er macht dasselbe. Sehr schön. Ah, der Gegner passt. Nicht schlecht, aber ich kann ihn mit einer Karte übertrumpfen. Das war ein billiger Sieg. Und somit habe ich schon gewonnen. Das ist gelaufen jetzt. Das Match. Ist im Grunde schon vorbei. Ich werde es trotzdem noch auf die Spitze treiben. pela B Josef. Ich werde es trotzdem noch auf die Spitze treiben. Ich werde es vielleicht nicht machen. Ich werde es nicht machen. Hä? Aber ich tue es trotzdem, dann haben wir so krasse Super-Over-Power-Boy-Karten. Ich meine, guckt euch das an. Achso, ja stimmt, er ist ja auch ein Skelliger. Er darf natürlich auch noch Karten ziehen, aber trotzdem. Nein! Du Schuft. Nicht schlecht. Aber nicht gut genug. Wir sehen gleich nochmal genau die Bedingungen mindestens 10 Stärke. Ja, dann. Das kriegst du zurück, nämlich. Ha! Eller Bitch. Nein! Unglaublich, was dir hier noch alles so aus dem Ärmel schüttelt. Aber mit Olaf hat er nicht gerechnet. Ich habe noch so viele Karten, mit denen ich andere Karten wiedererwecken könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Wiedererweckungskarten habe, wollte ich gerade sagen. Aber ja, doch anscheinend schon. Hey, wenn der jetzt noch ein paar andere von den Schiffen hat und die da oben hinlegt, dann kriegt er echt noch einige Punkte zusammen. Das sollte ich nicht unterschätzen. Aber so ein verdoppelter Olaf ist auch nicht schlecht. Na gut, ich glaube, das ist so ziemlich vorbei, weil der hat noch eine Karte. Das würde ich gerne sehen, wie der 62 Stärke mit einer Karte nachher zeigt. Nee, okay. Na dann. Oh, jetzt muss ich aber die Karten, die ich habe, doch noch ausspielen, weil vielleicht schaffe ich es über 100. Das wäre immer schön. Das ist so ein Bonus-Ziel, das ich mir setze. Nein, weil ich keinen mehr wiedererwecken konnte. Stimmt, weil er ja meinen Ablagestapel wieder zurück in meinen Stapel gemischt hat. Ah, gemein. Naja. Haben wir jetzt eben eine Karte bekommen? Ja. Die Schild-Mite. Aber hier gibt es überhaupt keine Quests. Ich verstehe irgendwie nicht. War das schon immer so? Bei Witcher 3? Ich dachte immer, die Bretter werden nur hervorgehoben, wenn tatsächlich neue Quests dran sind. Aber scheinbar... Oder bin ich... Bin ich bescheuert? Könnte das sein? Ja. Ja. Sag mal, wie kann ich denn? Ich dachte, auf den Sticks geht das. Irgendwie kann man doch die Markierung, die einem angezeigt wird, auswählen. Weil ich würde jetzt eigentlich ganz gern hier hochreiten. Aber ich kann das irgendwie jetzt gerade nicht hervorheben oder so. Aber machen wir es anders. Das passt auf. Wo bin ich denn? Ah ja, genau. Wir haben hier nämlich einen Schnellreiseposten. Da könnten wir relativ schnell zum anderen Schnellreisepunkt da oben, wo eben auch noch ein Anschlagbrett ist. Na dann holen wir uns ein paar Gwentkarten. Warum nicht? An unserem gemütlichen Samstagnachmittags-Stream kann man das schon mal machen. Wann sonst? Das Wasser sieht irgendwie nicht in Ordnung aus, oder? Aber dieser Effekt, dieser seltsame Effekt, ne? Dass das so komisch, dass die Bäume irgendwie so eine Aura haben im Hintergrund des Wassers. So was sehe ich ganz, so was sieht man ganz oft in Videospielen. Dass so Spiegeleffekte und so Wassereffekte irgendwie komische Auren erzeugen. Ich frage mich, was das für eine Technologie ist. Was das für ein Effekt ist, der da irgendwie so zu Störungen führt. Uralt und weit verbreitet ist er auf jeden Fall. Dieser Effekt. Habe ich schon so oft gesehen. Überall. Der Recke der Herzogin. Hey, hier haben wir, glaube ich, tatsächlich eine neue Quest. Eine zumindest. Gesucht. Meisterzauberer. Okay, ob wir da geeignet sind, bin ich mir nicht sicher. Ich suche einen knallharten Mann, der sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und einer Hexe eine ordentliche Abreibung verpassen kann, wenn es darauf ankommt. Du findest mich beim Holzfällen in der Nähe von Fuchstal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Alle Idioten, die sich für besondere Witzbolde halten, warne ich. Die Zeit der Witze ist vorbei. Okay. Ich schätze mal, die Quest hat nix mit Magie oder mit Hexen zu tun. Ich bin schon gespannt. Das könnte eine lustige Quest sein. Jakob, der Holzfällen, der Holzfäller. Hat wahrscheinlich Angst vor Spukgeschichten. Was für ein herrlich. Willkommen, Wanderer. Hallo. Hast du vielleicht Kräuter? Johanniskraut gegen Bauchweh oder... Da würde ich doch Weidenrinde oder Iriswurzel vorziehen. Johanniskraut kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Vergib. Du siehst gar nicht aus wie ein Kräuterkundler. Wie sehe ich denn aus? Und kann der Schein nicht täuschen? Ich bin nicht auf der Suche nach Pflanzen, die sowieso überall wachsen. Ich brauche seltene Sachen. Hast du sowas oder soll ich weiterziehen? Das musst du wohl selbst beurteilen. Na, dann spielen wir Gwent. Du spielst wohl nicht zufällig Gwent, was? Gwent. Gwent. Was für ein herrliches Aroma. Bam, bam. So, mache ich wieder wie beim letzten Mal. Erst spielen wir das eine Schiffchen hier, damit das seine Freunde Schiffchen rufen kann. Und damit wir die anderen Schiffchen nicht versehentlich auf die Hand nehmen, wenn ich gleich meinen Spion spiele. Böser Move. Ganz schön gemein. Ganz schön mies. Das ist ein Fall für Geralt. Und Cirilla. Hey, ohne Scheiß. Geralt und Ciri gleichzeitig auf dem Schlachtfeld. Die, der, also ich meine, die könnten einem da jetzt entgegenwerfen, was die wollen. Ich glaube, ich passe jetzt auch, weil, ne, was... Er soll erst mal hier die 34 Punkte erreichen. Versucht er erst gar nicht. Gut. Gut. In Witcher 3 haben die es noch gewinnt gesprochen, aber im Deutschen heißt das ausgelagerte Spiel auch Gwent. Ja, genau, das ist irgendwie total komisch, weil ja Gwent mit Gwent übersetzt wurde, aus irgendeinem Grund. Aber das Standalone-Spiel heißt überall Gwent, was ja auch eigentlich Sinn macht. Aber, naja, keine Ahnung. Ich finde es immer seltsam, wenn man Sachen übersetzt, wenn man Namen übersetzt. Gerade wenn es, wenn man aus Gwent gewinnt macht. Warum? Aber gut. Ich glaube, wir gewinnen. Zum Glück tut das meine Einheiten nicht zu viel. Eine skellige Fähigkeit. Und durch Dandelion, durch Rittersporn wird sogar annulliert quasi. Hä, kann ich jetzt noch zusätzlich die Trompete legen eigentlich? Würde mich interessieren. Ich glaube, ich muss das mal testen. Ob Dandelion und die Trompete sich gegenseitig verdoppeln. Weil das wäre irre. Oh mein Gott. Normal... Ne, warte mal. Tu da gar nicht. Ne. Ne. Weil sonst wäre Olaf jetzt viel stärker. Weil wenn die beiden... Aber irgendwie... Ich bin unschlüssig. Naja. So. Ende. Hui! Cool. Da fehlen nur noch 8 Karten. Guck mal auf die Weltkarte. Viele davon sind sehr zentriert da unten noch. Gleich 4 Stück. Ah, da ist gleich die 5. Noch. Ja, ja. Okay. Aber jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Questen. Schauen wir mal wieder. Die Hauptquest ist immer noch Level 39. Da verändert sich nichts. Schauen wir mal, ob wir noch Quests haben, die da drunter liegen. Äh, erfülle die Aufträge, die der Krämer dir gegeben hat. Hä? Bitte was? Irgend... Was? Eine ungewöhnliche Nachricht. Jemand sucht die Hilfe von Rittern und sonstigen starken Männern. Klingt interessant. Hat keine Level-Voraussetzung. Gehen wir mal hin. Schauen. What? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir müssen erst irgendwo hingehen, damit wir die Aufgaben kriegen. Ach, das ist wieder so eine Quest, die einem einfach nur zu irgendwelchen Fragezeichen auf der Karte führt. Äh, ich glaube, die machen wir später. Und zwar alleine deswegen, weil wir im späteren Spielverlauf wahrscheinlich womöglich mehr Schnellreise-Ponöpel haben. Deswegen machen wir weiter mit... Ja, mit was denn? Ah, neben Quests, die niedriger sind als die Hauptquests, gibt's gar nicht mehr. Hexer-Aufgaben haben wir hier noch eine. Die Großwildjagd. Sprich mit Graf Beledal. Nur dann. Ach, guck. Das ist sogar ganz in der Nähe. Das ist ja perfekt. Blödsinn. Ist den Leuten doch nicht ihr Heu weg. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Äh, ne. Da müssen wir irgendwie... Irgendwie müssen wir uns da durchquetschen, Plätze. Das schaffen wir schon. Okay. Geschafft. Das war nicht gerade der pferdefreundlichste Weg, den wir hier einschlagen mussten. Oder sollten. Ach, das war doch hier bei der Höhle mit den kleinen Spinnen, ne? So was. Eure Sorge rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah. Da ist ja meine Begleitung. Hallo. Hallo. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Sicher hast du meine Nachricht gesehen. Ach, dumme Frage. Du bist ja hier, also hast du sie gesehen. Vergib mir. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Beledal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Danke. Das hört man als Hexer nicht oft. Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilma. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern wischt. Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Wie du gewiss der Nachricht entnommen hast, habe ich einen außergewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar, natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Weißt du, meine Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Graf Beledal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meiner Heimat, Kovir. Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jons? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Wilma, bitte. Die was? Ähm, meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit. Ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben. Nicht wahr? Hallo, Zero Wins. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Also gut. Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann. Wohin gehen wir? Und was genau ist meine Aufgabe? Allgemein gesprochen, werden wir die regionale Flora und Fauna bestaunen. Und dabei bewahre ich vielleicht dies und das. Bewahren? Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Allerdings musst du zuerst herausfinden, wo die Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Ich kenne ihre Reviere nur ungefähr. Tja, und wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Okay. Von mir aus. Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Hier, deine Karte. Ja, genau. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Spielen wir jetzt quasi. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte eingezeichnet. Witcher-Snap. Gute Idee. Das spart uns Zeit und wir müssen keine Spuren lesen. Brechen wir auf? Wir werden wohl den Morgen abwarten müssen. Gutes Licht ist wichtig. Sei bis dahin mein Gastherr. Ich wäre entzückt, einige Hexer-Geschichten zu hören. So, jetzt ruf die wilde, weite Welt. Das Licht ist perfekt. Ein Foto-Helm. Wir werden es verstehen. So, habe ich da jetzt Quest-Markierungen oder muss ich wirklich auf der Karte nach den Orten suchen? Weil irgendwie ist dies... Ich weiß überhaupt nicht, was... Ich erkenne da nix wieder. Gebirge. Ein Wald. Ein Weg. Ich werde das nie finden. Ich habe die Karte. Also gehe ich am besten voran. Ah, gut. Ich kriege Quest-Marker. Danke. Das ist hilfreich. Wirst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was. Schrei doch nicht so. Es ist himmlisch, sie hin und wieder los zu sein. Glaub mir. Sie sind die reinsten Glucken. Ich will die Natur genießen und bewahren. Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift, dann bleibt uns keine Wahl. Ich will nicht als Beute enden. Du? Aber solange alles gut bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig. Okay. Finde ich gut. Finde ich sympathisch. Aber... Das klappt. Das klappt. Ja, mach jetzt schnell die Fotos und lass uns weglaufen, bevor der Bär kommt. Panther. Ich soll nach Panther suchen, während hier ein Bär und ich soll... Oh Gott, ey. Ist der bekloppt. Das klingt irren. Hörst du? Panther. Ich höre gar nichts. Deine Sinne sind in meinen Umlängen voraus. Ich muss mich auf deine verlassen. Okay, hier sind deine Panther. Foto machen und abhauen. Wie nah... Wie nah wollen wir jetzt da rangehen? Oder ist das gescriptet? Greifen die mich gar nicht an? Verdammte Wilderer. Fallen. Ah. Nein. Stattdessen ist ein Panther reingerannt. Schau. Ein Junges. Hilfst du seiner Mutter? Ich versuche es. Sie muss erstmal beruhigt werden. Sonst greift sie uns an. Valiant, wie du sie befreist. Ein tolles Bild. Valiant, wie du sie befreist. Ein tolles Bild. Und da heißt es, Hexer wären herzlos. Das hier wird damit auch... Der Paaristisomat hat die Tiere verstört. Wir verschwinden besser. Ich kann Bilderei nicht leiden. Ich auch nicht. Ich bin froh, dass du auch so tierlieb bist. Cool. Ob ich Assassin's Creed gespielt habe? Odyssey oder Valhalla? Ja, ich hab... Ich hab die meisten Assassin's Creed gespielt. Nicht alle. Ich lass immer wieder mal ein paar Teile aus. Du hast für einen Städter ja vielfältige Interessen. Aber halt nur ab und zu. Ich beschäftige mich gern mit schönen Dingen. Wein, Natur, Gemälde. Das Leben eines Hexers ist sicher eintöniger. Bei allem Respekt. Das stimmt. Langweilig ist es aber nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, Tag ein, Tag aus mit den gleichen Kreaturen zu tun zu haben. Hast du eine Frau? Da will er nicht drüber reden anscheinend. Was suchen wir jetzt? Riesentausendfüßler. Der sucht sich aber auch immer die besten Motive. Wirst du? Sind das diese, äh, äh, Riesentausendfüßler? Leben unter der Erde im Tunnel. Machen ein bestimmtes Geräusch. Damit kann man sie finden. Aber das ist schön. Ich dachte wirklich, das läuft drauf hinaus, dass ich einfach die ganze Zeit nur kämpfen muss. Aber scheinbar gar nicht. Das finde ich irgendwie cool. Scheinbar lernen wir hier wirklich was über die Liebensweise. Der Kreaturen. Das finde ich nett. Hier hört man es ganz deutlich. Das Nest muss in der Nähe sein. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt gegen die schon kämpfen, oder? Also, diese Aussichtspunkt-Hauptlicht. Hier kriege ich kein gutes Bild. Na schön. Suchen wir dir einen besseren Platz, der außerdem sicher ist. Tritt vorsichtig auf. Riesentausendfüßler spüren die geringsten Erschüttungen. Wenn sie aufwachen, sind sie sauer. Wie wäre es hier? Aber sind das echte Monsternester? Müsste ich die zerstören? Hier vielleicht. Der Abstand passt. Und das Licht ist auch nicht übel. Ja, das ist genau das Richtige. Kannst du sie rauslocken? Kurzen Moment. Ich muss nachdenken. Vibrationen. Ich muss den Boden erschüttern. Ich versuche es mit einer Bombe oder einem Zeichen. Und du, sieh dich vor und komm nicht näher. So, soll ich gegen die jetzt kämpfen oder nicht? Fein. Genau, was ich wollte. Komm. Wir haben die lange genug gestürzt. Na gut, Graf. Dann gehen wir jetzt schnell. Na los. Ich danke dir. Ah, gut. Das war einfach großartig. Jetzt können wir weiterziehen. Hat tatsächlich funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen gegen die kämpfen. Das war einfach toll. Vielen Dank. Kände ich gut. Jetzt habe ich noch ein Anliegen. Ich will das Balzverhalten der örtlichen Faun einfangen. Das wäre ganz wunderbar. In der Nähe soll es ein paar Exemplare geben. Wir können hingehen, aber ich würde nicht darauf zählen, dass wir sie beim Balzen beobachten können. Die Saison ist seit einem Monat vorbei. Oh nein, das ist schrecklich. Wie schade. Ich wollte doch so gerne sehen, wie sie ihre herrlichen Räder schlagen. Kannst du sie nicht irgendwie ermuntern? Oder herausfordern? Wie stellst du dir das vor? Womit sollte ich ein Rad schlagen? Mir wächst so schnell kein Pfauenschwanz. Ich dachte eher an Hexermagie. Angeblich kannst du niedere Kreaturen beeinflussen. Äh, ja. Ich kann es mal versuchen. Ich verspreche dir aber nichts. Du könntest mal den Hirsch hinter mir fotografieren bis dahin. Ich weiß nicht genau, wo die Pfauen sind, aber ein Jäger hat mir die wahrscheinlichen Orte genannt. Ich markiere sie dir. Na schön. Auf zu den Pfauen. Auf zu den Pfauen. Ich frage mich. Wieso Pfauen? Meine Tochter ist ganz vernarrt in sie. Es soll ein Mitbringsel werden. Ich frage mich, was da wirklich dahinter steckt mit seiner Tochter. Mhm. Wir sind dicht dran. Naja, mal schauen. Ich höre sie. Chocoboos. Wartet aber gerade ein... Eine Rumpffeder mit Talg. Der Pfau hat sie neulich abgebaut. Ich kann dem Talggeruch nachgeben. Dann finde ich die Viecher. Ein Hexer in Aktion. Was für ein Anblick. Hallo? Pfau? 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 Was sind die Mehrzahl von Pfau? Pfau na. Dann ist es nicht mehr weit. Flora und Pfau na. Mä ihr Feuer. Oh, viel passend. Wenn sie jetzt noch ein Ratschlügen. Mal sehen, was ich tun kann. Such dir einen guten Platz. Bereit. Wirke deine Magie, Hexer. Wir haben es geschafft. Achso, dreimal. Okay. Muss ich die... Kann ich es auch nur kurz machen? Ja. Okay, gut. Ich weiß zwar nicht genau, warum die das machen, wenn ich die betäube. Aber meinetwegen. Oh, oh. Verdammt. Wo kommt ihr her? Sie müssen uns verfolgt haben. Zurück. Geralt. Hilf mir. Ach, betäubt. Verlangsamt. Und trotzdem noch am Rumkämpfen. Und rumteleportieren. Ich hasse sie einfach. Kann der nicht einfach da bleiben? Bleibt doch einfach bitte an der Oberfläche und kämpfe. Wie nerviges Ding. Die Kämpfe gegen die gehen mir echt auf die Nerven. Na, Gott sei Dank. Schau nicht zu mir rüber. Es ist vorbei. Puh. Das war knapp. Ich glaube, mir reicht es für heute mit dem Abenteuer. Na dann. Was für ein herrliches Abenteuer. Hast du alles bekommen, was du wolltest? Ja. Dann sollten wir ins Lager zurückkehren. Hier habt ihr euren Herrn wieder. Gesund und munter. Wir danken dir, Meister. Seht ihr, Jungs? Da war doch nichts dabei. Danke, Hexer, dass du auf unseren lieben Grafen aufgepasst hast. Der Ausflug hat ihm ja richtig gut getan. Er ist wie ausgewechselt. Warte einen Moment hier, Gerald. Ich muss meine Börse holen, damit ich dich bezahlen kann. Wie ausgewechselt? Ging es ihm nicht gut? Davon hat er nichts gesagt, was? Seine kleine, Clarissa heißt sie, ist vor zehn Jahren vom Pferd gefallen. Seitdem kann sie nicht mehr laufen. Davor war sie das Herz des Hauses. Sie hat jeden Winkel mit Freude erfüllt. Der Graf hat sie oft auf seine Ausflüge mitgenommen, weil auch sie Tiere so liebte. Jetzt bleiben ihr nur noch die Gemälde, die er von seinen Exkursionen mitbringt. Ganz anders, als ich dachte. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Es war ganz außerordentlich, dich in Aktion zu sehen. Es stimmt, was man über dich sagt. Es war keinesfalls übertrieben. Du bist diszipliniert, zuverlässig und verantwortungsvoll. Du wärst der ideale Geschäftspartner für mich. Zu schade, dass dich der Weinhandel nicht interessiert. Vielleicht eines Tages. Deine Belohnung. Verwende sie klug. Ja, ein Level ab. Dankeschön. Für die Belohnung. Warte bis morgen Mittag und begib dich zum Picknick. Das gehört noch zur gleichen Quest, ne? Ja, schon irgendwie. Ist aber sehr weit weg. Über 1500 Schnittlauch. Da könnten wir aber relativ gut hin schnell reisen. Okay, cool. Dann machen wir noch weiter mit der Großhildjagd, würde ich sagen. Aber erst mal machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss. Ich verabschiede mich an der Stelle jetzt mal von euch allen, die auf YouTube mitguckt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und die nächste Folge kommt bestimmt. Bis dann. Ciao.